weiter geht's you super mario bros you wir machen weiter im end schloss wie du sagen wirst im end schloss es wird der end sie kommen ja jetzt bestätige das doch so lasst uns gegen lemmy kämpfen in lemmys pendel fest ja gut den stern werden wir lange nicht nicht viel von haben kommt man kann hier gleich nämlich nach oben man könnte sondern überspringen wir die passage wenigstens und sind cool noch mehr das weiß ich jetzt auch nicht genau ja das war ein bisschen fail glaube ich meinte ja also da bin ich wieder das ist natürlich der dinge das ist von vorteil glaubt du mal dass du das grieße oder g ja hallo christus glaubt dass du das grüßt das ich bin mir nicht um den kopf und dann bin ich aggressiv oh gott oh gott oh gott wer drüber lässt mich mal oh gott da hast du dein testament geschrieben ja hab ich ich glaube wir müssen da runter guck mal ich hab die sicher auf die andere seite gebracht dankeschön ich hätte es alleine nicht geschafft zu verheben adieu ist okay wir haben genau alles genommen wenn ich da reinwerfen nein du ist mich jetzt entschuldigung das macht dir jetzt tatsächlich nicht es tut mir leid ich schäme mich ich bin ein kleiner böser pilz also muss ich das ding jetzt glaube ich holen war ja naja wer skill ist ja kein problem jetzt will er sie riechen das stimmt nur gar nicht ich hab ein one up oh gott oh gott oh gott ja patrick ist da gut drauf ja der der mario eigentlich sonst immer spielt moment glaub du mal dass ich dich wiederhole upsala das bist du jetzt schuld ja das bist du jetzt so wieso bist du auch in der blase was sollen das entschuldigung ganz ehrlich guck mal baby joshi wartet hier ganzartig davor das ist ja lieb von Mario so ah warte oh gott gib mir das und dann lass mich das lieber machen und du bist es bestimmt also irgendwas stimmt heute nicht oh my fucking gott also über sie sollt mit dir los naja jetzt aber gerne gott gott oh gott oh gott auf der röhre gerett tja wie fühlt sichs an in so ner blase das ist ah das ist ohne dieses kostüm scheiße oh das ist gar nicht mal so scheiße juhu ja damit haben wir alle drei star coins und müssen gleich nur noch gegen lemmy ran genau jetzt ist hier nichts mehr versteckt doch ne hier du wütest ja sofort wieder in die lava fall da nehm ich sie lieber lieber auch wenn man hier ich will die gar nicht mehr weg auch wenn man hier nicht in lava fallen kann weil die haben ja das entschloss konzept hier geändert ja erstmal schön mit kanone auf das schiffchen oh gott glaubst du das ist ein endbosskampf in hd hammer es ist lemmy in seinem schiff hallo lemmy auf seinem ball ganz klassisch und der wirft bummen Hilfe der will mich abbringen ok da ist er sich dann wieder ledig so nummer eins pass auf ist ja gemein Hilfe oh gott so zweites mal aber das haben die nicht geändert was ich bisschen schwach finde dass man den gegner eigentlich direkt wieder hinten kann wenn der wieder aufsteht weißt du ja so bisschen Puffer dazwischen wäre nicht schlecht übertreib halt wie hast du das jetzt gemacht hab ich über den Kopf geschwungen so wie du die zwei mal alle davor aber hier kommt ja kein schüssel mehr ja oh Mist ja finde ich schade ich auch jetzt gehen wir lemmy so ein bisschen ja nochmal zusätzlich genau und jetzt stürzt der ab sprich mir nie nach ka wumms die piranha frisst luft ja entweckt so jetzt kann der kleine ballon auch wieder mit uns mit und im nächsten level mitwirken wir speichern ihn natürlich ab nein und gehen weiter in welt 2 wir verlassen den eichelhain und gehen in die sandkuchenwüste da ist der typ wieder und dort hinten erwartet uns dieser junge herr jetzt geh weiter endlich in Welt 1 Tal der Gesichtsfelsen war gut wieder paar neue Sachen eingebaut und in dem Fall diese Gesichtsfelsen hier genau diese Gesichtsmutanten guck mal bitte ist seine Mama oh Gott seit wann ist sie so schön das hab ich mir auch gefragt aber ich sehe nicht bitte auf jeden Fall dich den Peacewitsch hitten soll ihn gehittet werden wieso nicht hitten? achso das war ironie ich zeig dir mal wie das geht das geht so nicht mit dem Ballon top gibt's dafür nur Münzen? ich bin enthicht ach ich hab wieder auf dich geguckt boah ja ist doch echt komisch ne? halt die Frise aber schön snacked Baby Yoshi also diese Gesichtsfelsen ist da jetzt umgekippt das machen einige da muss man manchmal gut timen oder den hier zum Beispiel den kann man zerstampfen da hab ich glaub hier war nur Münzen da hab ich glaub hier war nur Münzen ah jetzt brauchen wir hatte? das glaub ich eh nur einen one up hab ich das so zu wo? oh Gott das jetzt was ich möchte das haben ich möchte das jetzt haben so so mach du deinen Stammattack ich kann mit dem Stüppchen nicht glaub unten Münzen wieder wie unmütend? ja, vielen Dank Dankeschön Dankeschön irgendwie fällen wir heute ein bisschen so ein bisschen, ja ich muss mal hier so raus ich hab dich durchgeschoben ja Dankeschön oh Gott, ist ja gefährlich hier oh Gott, ist ja gefährlich hier oh Gott, ist ja gefährlich hier oh Gott oh Gott jaaa Leute, wir spielen nicht immer so wir können es doch beschissen werden heute ist Mario Tag bei uns beiden gut, dass wir so viele Leben haben lass mich los ok, ich sterbe lieber mal wir müssen da hoch kommen wir denn da hoch? springe auf mich ne, ich springe auf dich wenn du dich entscheidest dazu herzukommen ist hier kein versteckter Block oder so ok und jetzt? und jetzt? Dankeschön da können wir drauf und dann? ach ne, geht gar nicht ist ja die Rühre, ha wie geht das bei die Brisse jetzt vielleicht? springen wir ich will größer hm, das reicht nicht warte, umgekehrt komm, schluck das ich schluck das jetzt ich schluck das jetzt ok, ich schluck das so nicht ok, wir waren auf dem nächsten Bild ist das hier höher? ah, ein bisschen aber dafür müssen wir ach, fuck off dann gehen wir erstmal weiter wir sind wie eh langsam die Zeit drehen uns davon oh gott wolltest du jetzt keine Blase machen? nee wolltest du jetzt keine Blasen? die Opfer mich opfert dich für das allgemeinwohl dankeschön da wurde ich aufgemacht werden ja oh gott halt auf zu heulen sache du musst immer Wandspüle machen ja wow ich stand auf nichts ich bin der König es gibt Raum zum Teufel hat er gesagt zum Teufel mit dir Level beendet 97 Münzen haben wir ja das heißt bei der nächsten 3 gibt es eine Starkoy ja solltest du denn? hoh ab lass mich in Ruhe ist ja wohl nicht gibt es doch wohl nicht was ist da denn los? oh gott oh mein gott hä? der hat einen lustigen Namen was willst du denn? oh nein wie schreckt dieser Typ hat mal ein Zeugs gemobst und einfach damit abgehauen Mario du musst mir helfen der heißt Mopsi oh wie süß dann lass uns doch mal ein Mopsi jagen das ist äh so viel können wir schon mal sagen das ist jetzt ein Time Run das heißt wir haben so und so viel Zeit den zu fangen und er rennt jetzt durch die doofe Welt das war mein absolutes super mega Lieblings Zeug und vielleicht werde ich es nie mehr wieder sehen doch du wirst es wieder sehen ich verstehe nicht warum du noch rumstehst er ist in Richtung Eichenhain geflohen genau voll vorwurfsvoll wie so rumsteht und geht selber nicht wo hast du dich vergessen wenn du echt wenn du es echt mal einig hast spring einfach in eine dieser Röhren Pow Boom Boom Pow versuch mir das mal ich möchte in den Eichenhain Abschuss It's a me und da sind wir auch schon rennen wir gleich mal einen weiter ja Overtüre im Eichenhain jetzt mit Mopsi mit Mopsi fang Mopsi scheiß auf die Power Ups hier da ist er also es war jetzt am Anfang noch ziemlich easy peasy ja weil das Level ja auch noch easy peasy war wenn es dann am Ende mein Zorgie ist tausend lang hier nimm das als Zeichen meine Dampalkeit Schwierigkeiten bla was ist das denn was ist denn das was ist denn das ich bin juggier also ich weiß wirklich nicht was das ist ich auch nicht das sieht aus wie so ein weiß Power das sieht aus wie eine Nuss aber eine super Nuss wir werden sehen wir werden sehen irgendwann wenn wir es benutzen irgendwann beschmutzt beschmutzt irgendwann wenn wir es beschmutzen trotzdem dürfen wir noch ins Pilzhaus ja natürlich ich behalte die Rechten 2 und du die Linken beiden ich behalte die Rechten 2 und du die Linken 2 Klasse das hat sich ja gelohnt he gelohnt das ist ja schwarz wir gegen einen Stern und einen Pilz ist das nicht super das ist glattes so links oder rechts links Samtkuchen bist du 2 Party in der Pokehöhle Party ich will abgehen ach die Pokeys die magie ja nicht so ich hab dich da reingedrückt Dankeschön Gerne Moment die Röhre ist bisschen verdächtig Wieso ist das nicht? Wieso ist das nicht? Wieso ist das nicht? Schön mach ich das grad mega synchron Ja So wo ist die erste Starcoin? Wieso hängen die so schief? Die sehen da Bogies an der Wand an der Wand Oh das war gefährlich Ich glaub da ist einer Aha Wie sehe ich die so scheiße? Ich warte jetzt einfach hier oben wollte ich sagen bis die wieder kommen und aber man hat sie schon Wenn du dann fertig bist können wir weiter 1 Shot Kill Ach ich bin ja wieder ich guck wieder auf den Wald Da oben kann man langlaufen ich hoffe mal da war kein Secret Da ist die Starcoin Ja ok Das ist natürlich mies Das ist natürlich bisschen doof Ach ok Dann macht das ja jetzt Sinn Ach so sag ich dann Ja Ja Ich finde sie den Paukey auch so gemein der da ist Mh Du magst den? Ja ja Oh noo Oh noo Oh noo Gesundheit Ich wollte da gar nicht Und sie sind hier Ich hab Angst im Dunkeln Oh noo Oh noo Oh noo Oh noo Was mache ich denn echt hier? Ach der Scheiße Paukey Spaukey hätte ich hier Ach du Penner Da oben ist auf jeden Fall ne Röhre Komm schon Komm schon Ist da echt nix? Der möchte nicht spielen Mach du das Ah Oh oh noo Hm Ne glaub nicht Da gehts wieder raus Aber hier war bestimmt was Glaub ich nicht Glaub ich nicht Das ist einfach nur so zum Durchlaufen war Haa Sind wir hier Und ich sterbe Mhm Da hast du den Genau die Röhre Die ging nämlich doch Ok mir da geht nix Naja die ist einfach nur zur Blockade da Ja Aber wir wissen schon mal wo die Starcon ist Nein Oh Gott Wo soll ich sterben nochmal vom Ziel Hier kann man ja gar nicht an die Analkugel kommen Ja ne? Doch mit dem Flughörnchen Dem Flughörnchen Dem Flughörnchen Ja dem Flughörnchen Ja dem Flughörnchen Was hast du gesagt dem Flughörnchen Und jetzt geht er wieder rechts Aber ich glaube nicht von diesem Part Nein wir werden uns bis zu sehen bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss